und herzlich willkommen zum törchen nummer 8 ja wir haben schon den 8. dezember die zeit vergeht wirklich rasend schnell bis weihnachten so und hier liegt es schon ich glaube da kann sich jeder denken was da drin ist packen wir es trotzdem aus die spannung bleibt natürlich erhalten und zwar ein römisches licht von geko denkt ich mal moment die ketten stehen mit bunten leuchtkugeln oder 5 bunten leuchtkugeln römisches licht von beko feuerwerk helios also aus dem aldi sortiment außer irgendeinem ich weiß nicht mehr woher das ist ja bin ich mal gespannt wie das ist also ich persönlich finde sowas immer auch sehr schön durch artikel und dann wünsche ich euch jetzt viel spaß bei der zynos bis gleich büros viel spaß beim römischen licht von beko feuerwerk das war wohl der achte dann viel spaß beim neunten da kommt wieder was knallmäßiges sag ich mal gemmärkte die 2 4 Untertitelung des ZDF, 2020